Magdalena Neuner Herzlichen Glückwunsch zu den ersten, Magdalena Neuner aus Deutschland, der zweiten, Darya Domratseva aus Belarus, und Olga Zaitseva, der dritte, aus Russland. Magdalena, noch einmal bist du heute in einer Klasse von dir selbst. Wie viel Angst über das Schuss im Relay war Teil Ihrer heutigen Motivation? Ja, also der Ärger und die Enttäuschung und die Traurigkeit, die waren heute wieder vergessen. Mittwoch war halt einfach irgendwie ein schlechter Tag für mich und das ist halt manchmal so, manchmal gute und manchmal schlechte Tage. Und ja, ich konnte Gott sei Dank die Löschen-Taste drucken und war halt wirklich guten Mutes und war eigentlich sehr entspannt und habe mich auf das Rennen gefreut, weil ich einfach auch weiß, was ich kann. Und ja, es ist mir Gott sei Dank gelungen. Ja, ich habe über die Angst vergessen. Du hast schlechte Tage, du hast gute Tage. Und es war möglich, den Delete-Button zu drücken. Und heute war ich total entspannt und hatte einfach einen schönen Tag. Heute sahen wir relativ einfach einfache Konditionen, aber viele der Favoriten mit dem Schuss. Was war dein Geheimnis heute? Ja, also gut, in der Staffel habe ich gewackelt, da wo es vielleicht von den Bedingungen her auch ganz okay war. Und heute hat es bei mir gepasst. Es ist halt das Biathlon und manchmal schießen auch die Favoriten daneben und manchmal treffen andere. Und ja, also man sieht auf jeden Fall, dass man, wenn man ganz vorne dabei sein will, die Null bringen muss. Dass man Null schießen muss. Und ja, wie gesagt, es ist im Biathlon halt so ab und so kommen auch mal Fehler. Es waren schon zwischendurch auch Windböen dabei. Also ich glaube, ein bisschen Glück muss man hier in Oberhof schon auch haben. Das Glück hatte ich auf jeden Fall auf meiner Seite. Aber ich habe mir auch keine Gedanken über den Wind gemacht. Well, at the relay, I had some problems today. Some other people had some problems at Spiersland. But today we have seen that you have to shoot zero in order to be absolutely on top. But there have been also some wins during this competition. But today the luck was on my side. Magdalena, you had a small injury at your hip at Hochfilzen 2. Have you completely recovered from this now? Ja, also ich hatte ziemliche Rückenschmerzen in Hochfilzen. Konnte teilweise nur noch vom Boden rumkriegen. Also es war nicht so ästhetisch. Hab das ganz gut in den Griff gekriegt. Wir haben gute Physiotherapeuten und hat einfach auch ein paar Tage über Weihnachten, wo ich mal ein bisschen entspannen konnte. Wir haben einen guten Osteopathen, der mich wieder eingerenkt hat. Da war alles so ein bisschen schief. Aber gut, das ist halt als Sportler, als Leistungssportler, da hängt halt ab und zu mal was. Und ja, so die kleinen Problemchen am Rücken habe ich ab und zu mal. Aber Gott sei Dank ist das alles weg. Ja, ich hatte viele Probleme mit meinem Back in Hochfilzen. Aber wir haben sehr gute Physiker, die das in Ordnung bekommen. Und dann konnte ich ein bisschen relaxieren. Und jetzt ist alles perfekt wieder. Daria, selbst ohne deinem Missed Shot, du hattest vielleicht keine Chance gegen Magdalena heute. Aber du hast wieder eine gute Leistung gezeigt. Und erzähl uns über deine Gedanken, als du den Penalty-Loop verlassen hast. Nach meinem Fehler, habe ich gesagt, wie immer, du musst jeden Tag arbeiten und kämpfen während der Endlinie bis zur Endlinie bis zur Endlinie es geht weiter. Die Probleme, die du hier zwei Jahre vorhin hattest, haben dich heute gebrochen, als du glaubst, dass du auf dem Podium sein würdest? Ja, Oberhof ist ein sehr spezielles Ort für mich. Und ich glaube, dass viele spectatoren warten, für mich etwas Neues. Aber ich hoffe, dass alles okay wird. Und es muss auch sein. Aber ich bin froh, aber ich bin froh, dass mein Podium hier, in Oberhof, und ich bin froh, über diese Ergebnisse und die erste individuelle Runde in Neue Jahr. Und ich bin froh, und ich denke, dass es ein guter Start der Saison ist. Und auch heute, in Russland und Belarus, es ist Weihnacht, in unseren Ländern, und ich denke, es ist ein gutes Gift für mich und für alle meine Fans. Okay, danke. Olga, du hast viel Zeit auf dem letzten Lab verloren verloren. War es die Skis oder warst du einfach ein bisschen getrennt? Ja. Heute war es ein sehr schwerer Rennen. Und ich denke, ich habe viel Zeit verloren, weil der Schnee mit dem neuen Schnee verändert. und ich weiß nicht, Kunstschnähe. 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 Und vielleicht ein bisschen Fehler, das letzte Gruppe war sehr schwierig. Es war sehr schwierig. es war sehr schwierig für mich. Und ich bin nicht so hart, aber viele Dinge, Skis und Schnee in einer guten Gruppe und nicht gut es war ein Resultat. Influenced die Resultate. Ja, Influenced meine Resultate. Ja. Warst du glaubst, dass du clean wirst, wirst du gewinnen? Nein. Denn heute habe ich kein guter Gefühl. Und ich sage für mich, ich muss gut schießen und es wird ein gutes Ergebnis. Und ich mache es. Ich mache es. Danke. Danke. Haben wir Fragen? Nein. Danke.